Es gibt jede Menge potenzielle Marktschieber auf der Tagesordnung am letzten Handelstag des Monats, erfahren Sie mit dem Dukascope Wirtschaftskalender mehr. Ich bin Jeanette McLaughlin. Um 6 Uhr erscheinen deutsche Einzelhandelsumsätze für März. Die Kennzahl vom Vormonat wurde von 2,9 auf 2,3 revidiert. Schweizer Kaufkonjunkturbarometer kommt um 7 Uhr. Der Wert verbesserte sich im März, das heißt die Wirtschaft gewinnt an Schwung. Der genau beachtete deutsche Arbeitsbericht für April erscheint um 8 Uhr. Die Arbeitslosigkeit sank im letzten Monat auf ein Rekordtief von 6,4 Prozent. Das mit Spannung erwartete europäische VPI-Vorausschätzung für April ist um 9 Uhr fällig. Im vergangenen Monat wurden die Erwartungen übertroffen, aber es bleibt noch ein langer Weg bis zum EZB-Ziel von 2 Prozent. Die Arbeitslosen-Daten des Euro-Raums für März werden zur gleichen Zeit veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote sank im Februar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2012, bleibt aber im zweistelligen Bereich. Persönliche Einnahmen und Ausgaben in den USA liegen um 12.30 Uhr vor. Private Haushalte waren ein Lichtblick für die US-Wirtschaft im letzten Quartal und im Februar wurde die Kennzahl nach oben korrigiert. Die mit Spannung erwarteten Wachstumszahlen aus Kanada werden um 13.30 Uhr erwartet. Die kanadische Wirtschaft schrumpfte im Januar, obwohl weniger als erwartet, weil der Dienstleistungssektor durch die stärkeren Rohstoffgewinnung und Versorgung ausgehebelt wurde. Die US-Arbeitslosenansprüche werden auch zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht. Erst Anträge stiegen um 1.000 in der Woche zum 18. April, während weitergehende Ansprüche um 50.000 stiegen. Ein potenzieller Luni-Dollar-Schieber folgt um 14.30 Uhr, wenn BOC-Chef Polos vor dem Finanzausschuss des Senats bezeugt. Zwei Berichte für März aus Japan erscheinen um halb elf abends, darunter die wichtigen VPI-Daten. Die Kerninflation erhöhte sich um 2% gegenüber dem Vorjahr, weil das Land versucht, sich vom Jahrzehnt der Deflation weiter weg zu bewegen. Die japanischen Haushaltsausgaben sind die zweite Nachricht. Im Vormonat kürzten fast 60% der japanischen Haushalte ihre Ausgaben nach der Steuererhöhung. Und der australische Performance Manufacturing Index für April kommt zugleich. Der Index steht seit vier Monaten im negativen Bereich. Das war der Wirtschaftskalender für Donnerstag, den 30. April. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017